jo leute willkommen zu einem neuen video von mir und ich habe gute neuigkeiten der schatten bug bei meinem green screen ist weg zum glück man sieht mein schatten nicht mehr ja mein hund ist heute auch da die laika ja die wollte jetzt unbedingt auf meinem show sein ja oh gott so bald könnt ihr mal eine compilation machen wie oft ich so gemacht habe ja laika und ich dachten uns dass wir heute wieder ein kommentare vorlesen video machen dann gehen wir mal auf meinen kanal und zwar werden wir in diesem video da ich am letzten video er neuere kommentare vorgelesen habe werde ich in meinem er in diesem video jetzt er ältere kommentare vorlesen ja naja vielleicht ein paar neue auf vielleicht auch ein paar alte aber ich bin froh dass der schatten bug endlich weg ist also man sieht meinen schatten nicht bei der green screen aufnahmen das ist natürlich gut ja okay gut die dinge die jetzt nicht weiß sind werden da jetzt angezeigt das ist jetzt bitte ich hoffe dass es so bleibt ich hoffe dass der schatten bug jetzt ja nicht für immer da ist und jetzt habe ich schon wieder zu lang rumgelabert so dann gehen wir mal auf kanal quatsch was mache ich muss ja auf community so gehen wir mal hier in den kommentare ja unter meinem praktikum info video stand erst mal so drin ja revali und ja und revali x rotion und nerdy lp haben ja auch sowas gemacht dass er oh laika schläft gleich ein nein nein kannst ruhig weiter schlafen kannst ruhig weiter schlafen die haben so geschrieben ja also die haben also die machen auch nächste woche ihr praktikum so wie ich habe ja heute früh ein info video darüber gemacht dann gehen wir mal ein bisserl zurück in die jahre laika so es lädt laden laden mal ganz uralte kommentare die vielleicht schon so ein jahr oder so alt sind jetzt gehen wir mal zurück laika okay hier ein kommentar vor fünf monaten von duplo lp hi zockst du eigentlich auch ps3 nein dann hier bei leo max peace bro mache auch youtube kannst du mal vorbeischauen habe ich schon ja das aber auch schon lange her dann knojo tv nimm mal mit einem aufnaheprogramm auf da gibt es bestimmt was auf der switch ja hat noch nichts gefunden dann oh gott er von ripp wie oft noch er heißt nicht mehr war die heißt x roshan laika laika meine ganzen hände ach gut dann bleibt halt so ja oh gott das video geht schon vier minuten ähm what what the fuck hab ne ja doch den kommentar kann ich eigentlich auch verlesen what the fuck ich habe alle streams verpasst sorry macht nichts ähm hahaha wie so ein moderater im fußballstadion das war bei meinem intro voting wo es ja in die entscheidende runde ähm ja das ist in meiner hand so toll ähm ja ähm egal so das war unter meinem intro voting ähm wo das wo zwei intros gleich viel stimmen hatten und die dann nochmal in die entscheidende runde mussten äh nee hey oh schon wieder hater kommentare nein nein ihr verdient keine aufmerksamkeit ah wieder epic games tv unter meinem kanaltrailer echt cool leer dann wieder springborn unter meinem ja übrigens danke springborn auch unter meinem kanaltrailer geil finde ich auch ähm danke so dann river oh gott x roshan ähm sag mal wie machst du dein du solche intros ähm also die app die heißt intro made mit der ich meine intros mache ja und dann von fresher food food chips hammer stimmung bitte mehr davon das war unter meinem groß aspach gegen ksc fans video wo ich von paar ksc fans ein bisschen gehatet wurde eher gesagt das waren glaube ich zwei ähm das war ja egal ähm gut dann ähm ja ja mal wieder was das war oder ok ähm revali dann unter meinem was übersteuert ne quatsch das war unter einem reaction video von mir ist das der beste minecraft rage ever von x roshan alter was schief bei dem meine ohren sind gefickt äh ok und dann noch eine antwort ähm so leute das war es meine pizza ist da also ich geh mir mal etwas gönnen ja das war bei dieser einen verabschiedung da von mir ähm oh gott dieser kalender da laika oh da hat mich mal jemand lieb oder meine hand schmeckt nach irgendwas und die schlägt's ab ja gut laika ja so so dann rasiert man jetzt so was ähm ähm knojo tv bitte bearbeite deine videos lieber länger und intensiver dann kommen deine videos auch viel besser an das stimmt eigentlich Seit ich meine Videos besser schneide, kommen sie besser an. Und ich habe eigentlich auch Spaß beim Schneiden. Früher hatte ich nie Bock darauf, aber jetzt irgendwie schon. Was gibt es denn noch? Springband, SFM, Clash of Clans confirmed. Dann wieder KnojoTV, cool. Wenn auch manchmal ein Großasbach im Stadion mache, da auch Stadionvlogs. Warte, habe ich dich überhaupt abonniert? Ja, du warst seit 5 Monaten, nee, nee, Quatsch. Du warst seit 7 Monaten nicht mehr im Stadion. Oder hast seit 7 Monaten keinen Stadionvlog mehr von Großasbach gemacht. Außer in der Tour der Mercedes-Benz Arena ist auch schon 5 Monate her. Wow, der war in einem Champions-League-Spiel im Handball, glaube ich. Wir hätten uns eigentlich auch treffen können beim Deutschland gegen Norwegen 6-0. Da war ich nämlich auch im Stadion beim WM-Qualifikationsspiel. Da hätten wir uns eigentlich treffen können. Aber du wusstest ja damals noch nicht, wie ich aussah. Ja, deshalb, weil ich habe mich ja erst vor 2 Wochen oder so gezeigt. Hallo, ich will wieder zu den Kommentaren. Was ist jetzt dein Ernst? Das ist jetzt so nervig, Mama. Oh shit, pscht. Nein, ich bin nicht auf dich sauer. Ich bin nicht auf dich sauer. Also, äh, ja, liebe ich nicht. Obwohl du heute, kurz nachdem du Fleisch gegessen hast, oder halt dein Hundefutter gegessen hast, meine Hose mit deiner, mit deiner, nach deiner Meinung nach, gut riechenden, mit einem gut riechenden Mundgeruch, meine Hose abgeschleckt hast, kurz nachdem du ja Fleisch gegessen hast. Naja, ist nicht schlimm. Mein, ja, meine Hose stinkt zum Glück nicht mehr. Ähm, ja, und Leica schläft ja jetzt auch fast an. Äh, und jetzt müssen wir mal wieder Kommentare vorlesen. Ähm, gut, dann wieder runterscrollen, wieder runterscrollen, nochmal runterscrollen, nochmal runterscrollen, Ah, da von Flo, Melonenkopf, Sport und Co. Mach mal, das war unter einem Torhymnen-Video, in FIFA 18 nachgestellt, Video von mir. Mach mal mit der Premier League. Das Problem ist, ich kenne zu wenige Torhymnen aus der Premier League. Die meisten Torhymnen sind fake. Und, ähm, ja, ich glaube auch nicht, haben die da überhaupt Torhymnen? Ähm, gut. Oh Gott, und dann ein anderer Reaction-Video von mir. Der Typ ist einfach ne Legende. Waaaaah! Da hab ich über das eine, ähm, auf das eine Video so ein Reaction-Video gemacht, wo halt einer beim Zocken irgendwie ausrastet. Und, ah, egal. Schaut's einfach selber an. Oh, schon wieder die Hater-Kommentare. Naja, die mich eh in Scheißdreck jucken. Äh. Was hab ich denn? Oh Gott, jetzt kommen die Kommentare, die schon ein halbes Jahr alt ist. Neues. Dann springen wir. Ah, da. Hey, Leon, kannst du mir... Hey, Leon, kannst du mir auf Schau folgen? Happy Games TV, ich folge dir auf PS, cooles Video. Äh, ja, ich hab dir schon auf Schau gefolgt. Ähm, übrigens auf Schau heißt ich Leon Schau TV. Da streame ich manchmal. Ähm, ja. Also, das ist sozusagen das YouTube Gaming für Apper. Ähm, ja, für Leute, die kein Bock haben, sich ein neues Handy zu holen, also ein Samsung oder Huawei zu holen, nur damit sie auf YouTube auf dem Handy streamen können. Also, ich mein, dass auch der Bildschirm aufgenommen hat. Ähm, hat. Wird. Ähm, so. Oh Gott, jetzt die Kommentare, die sieben Monate sind, warte, sollen wir mal zusammen Minecraft spielen? Du musst dir die App Lockman Multiplayer runterlernen. Das war auch von Springborn SFM. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Wir wollten's ja eigentlich. Aber da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Oh Gott. Oh, jetzt sind wir ja schon da. Alter, das war ja die Zeit, wo Springborns Kanal fast gelöscht wurde. Ja, wo der irgendwie gesperrt wurde und dann hieß es ja noch 29 Tage, dann wird er gelöscht. Ähm, da, oh Gott, der Kommentar schon acht Monate alt. Interessante Wahl für die Kämpfe. Einige davon wurden von Fans schon umgesetzt, wie der, wie der Kampf von Batman und Deadpool such einfach mal danach auf YouTube. Muss dafür aber gut Englisch können. Jo, kann ich. Ähm, das war von Cats Comics leicht gemacht. Äh, das war unter meinem Top 5 beziehungsweise 6 Superheldenkämpfe, die ich mir wünsche. Ähm, Laika, Laika, pscht, Laika, was machst du? Nichts. Die hat vorhin übrigens mein Laptop abgeleckt. Nein, ich will dich nicht schlecht machen. Ja, dann bist du auch noch an Silvester abgehauen. Ja, weil du so unbedingt aufs Klo oder pissen musstest und wir ein, unerwartet und dann wollte ich nicht mit dir gehen. da ist jemand anders mit dir raus und dann hast du dich irgendwie geschafft und Böller losgegangen ist aus der Leine zu befreien und dann bist du abgehauen. Bist zu irgendeinem Bauernhof über den Strand zu irgendeinem auf irgendeinem Bauernhof geflüchtet. Hast dann da das Futter vom Hofhund leergefressen und dann dachten die Leute, dass du der Hund weil von den Nachbarn ja auch der Leica ähm der war das ist übrigens ein Mischling zwischen Chihuahua und Yorkshire Terrier dass der Chihuahua von den Nachbarn dass du der Chihuahua von den Nachbarn wärst der Abgeordnete aber nein das warst du nicht und zum Glück hatte irgendjemand unsere Nummer oder unsere Nummer weil wir das irgendwie auf Facebook oder so geteilt haben und hat uns dann angerufen und dann haben wir dich wieder gekriegt du bist sieben Kilometer gerannt und es war auch noch wo wir in Norwegen waren ja egal kommen wir mal zurück zum Thema wie hast du die Intros gemacht von Springborn SFM ähm ja mit Intro ich hab ich schon gesagt ob Gott jetzt immer schon bei den Kommentaren die Leiter egal die Gorkum noch kommen äh so okay kommt oh jetzt 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 sind wir bei den Kommentaren die in der Welt sind nee doch Freddy Fazbear cooles Video danke au au ich hab ne Wunde am Finger und Leica hat da gerade reingeschleckt au Leica komm nein nein nicht schon wieder deine Pfote auf meinen Laptop ja okay gut ich will jetzt auch nicht zu Leica was machst du ey die Leica du markierst gerade sau viele Kommentare oh Gott dieses Video ich muss wahrscheinlich wieder sau viel schneiden äh übrigens SFM ist die Abkürzung von solch Werner von mir cool ich mag und irgendwie tut der kleine Finger von mir auch weh äh ich hab mir Bock mit mir was schwindet ach Leica oh Gott die kommen tag die sind schon übel alt Leica jetzt pst 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 oh na gut pst 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 oh Gott jetzt hat die mich auf den Mund geschleckt ne Leica ein paar Bereiche sind tabu okay als ob die mich jetzt das ganze Video übergeschleckt hat warte coole Melodie das war von meinem alten Intro von Patricia Knoll ja das war von meinem einem meiner uralten Intros da der erste Kommentar von XRotion das war glaube ich Anna sorry oder so hoffentlich oder oh Gott die Kommentare die sind uralt Leica ich brauche die Hand ich brauche die Hand ey die schlägt mich die ganze Zeit oh Gott all die Kommentare die sind sau alt und jetzt sind wir beim ersten Kommentar warte nices Video Jungs wir haben auch ein Fußball Video gemacht das ist von Pan Movies wäre nett wenn ihr mal vorbeischauen würdet na du so ich würde mal sagen bevor das Video jetzt zu lang wird ja war es das mit dem Video Leica und ich sagen euch tschüss oder ok tschüss ja ok tschüss warte 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 soll ich wieder dieses Oreo shit ne brauche ich jetzt nicht oh shit mein laptop hat fast runtergeflogen ne was ist das ich tschüss tschüss